Guten Tag, dieses Video zeigt, wie Sie Ihr Profil bearbeiten. Das Profil ist eine Art Visitenkarte, um den anderen Kursteilnehmern Informationen zu Ihrer Person bereitzustellen. Ein Klick auf einen Nutzernamen führt zu der entsprechenden Profilseite. Um Ihr Profil anzuzeigen, klicken Sie entweder im rechten oberen Bereich auf Ihren Namen oder im Block Navigation im linken Bereich auf Mein Profil und dann Profil anzeigen. Hier als Beispiel das Profil von Maike, welches noch nicht bearbeitet wurde mit Ihrem Namen, einem Platz für ein Foto und den ersten Informationen zu Ihrer Person. Um Ihr Profil zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich im Block Einstellungen unter Mein Profil auf Profil bearbeiten. Ihr Profil wird nun mit allen Rubriken angezeigt. Zunächst die Grundeinträge, dann das Nutzerbild, auch Avatar genannt, optionale Einträge für weitere Kontaktdaten sowie Informationen zu Ihrer Schule. Die wichtigsten Grundeinträge wurden bereits bei Ihrer Registrierung vom Administrator eingetragen. Korrigieren Sie diese bitte, sollten Sie falsche Daten beinhalten. Sie können einige Einstellungen anpassen, um zum Beispiel die Beiträge eines Forums per E-Mail zu erhalten, sobald man selbst einen ersten Beitrag im Forum geschrieben hat. Die vorgegebenen Standardeinstellungen sind für das normale Arbeiten in einem Teletandem-Projekt geeignet. Sie können Sie also so lassen, wie Sie sind und direkt die Personalisierung Ihres Profils vornehmen. Geben Sie im Feld Beschreibung ein paar Informationen über sich ein, die den anderen Teilnehmenden helfen, zu wissen, wer sich hinter Ihrem Namen verbirgt. Sie können frei entscheiden, ob es sich um berufliche oder eher persönliche Informationen handelt. Vergessen Sie dabei nicht, dass alle Nutzer der Plattform diese Beschreibung sehen können, Ihre Kollegen, aber auch die Schülerinnen und Schüler. In der nächsten Rubrik können Sie Ihrem Profil ein Foto hinzufügen. Dieses Nutzerbild wird normalerweise neben dem Nutzernamen angezeigt, zum Beispiel in einem Forumsbeitrag oder in der Teilnehmerliste eines Kurses. Ein persönliches Foto ist zu empfehlen. Es macht den Austausch auf der Plattform realistischer und menschlicher. Um Ihr Foto hinzuzufügen, klicken Sie in der Rubrik Nutzerbild neben Neues Foto auf den Button Datei hinzufügen. Im sich öffnenden Fenster klicken Sie auf Datei hochladen und anschließend auf Datei auswählen. Wählen Sie Ihr Foto auf Ihrem Computer aus. Der Name der Bilddatei wird angezeigt. Klicken Sie auf den Button Datei hochladen. Ihr Foto wird nun in der Rubrik Nutzerbild angezeigt. Achten Sie bitte darauf, keine zu großen Fotos zu verwenden. Das Bild sollte ein quadratisches Format von 100x100 Pixel haben, andernfalls wird es automatisch als Quadrat beschnitten und in die Zielgröße verändert. Ein Videotutorial zum Ändern von Bildgrößen steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Optional haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Kontaktdaten via Skype, ICQ usw. oder Informationen zu Ihrer Schule einzugeben. Geben Sie schließlich Ihr Bundesland oder Ihre Akademie und den Namen der Schule an. Das sind wie alle rot markierten Felder Pflichtfelder. Vergessen Sie nicht, Ihr aktualisiertes Profil abzuspeichern, indem Sie auf den Button Profil aktualisieren klicken. Ihr Profil ist jetzt geändert und macht den Austausch mit den anderen persönlicher. Das ist jetzt geplant. Untertitelung des ZDF, 2020